Und wir kommen schon zu unserem nächsten Paar, meine Damen und Herren, mit der Startnummer 12 und sie bringen uns eine Rumba. Hier sind Julia Vogel mit Steven Nowak. Die Startnummer 12 und sie bringen uns eine Runde. Die Startnummer 12 und sie bringen uns eine Runde. Die Startnummer 12, Julia Vogel mit Steven Nowak. Ich bin hier, bei der Bühne, vor der Bühne, bei der Madeleine. Well, a wonderful couple. How did you like the dancing? It was beautiful. I love how emotionally connected it was. I felt like they were in it the whole time. Also ein großes Kompliment. Ihr wart die ganze Zeit drinnen. Sie hat viel Emotionalität gespürt. Well, actually, since tonight you were a dancer too. Me? My mom was a dancer. I try my best. The two of you had beautiful waltz. Yeah, we did our first waltz tonight. Thank you for this. Toi, 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 toi. Danke noch einmal für euch. Und Silvia, bitte. Ja, ich stehe jetzt noch einmal neben Thomas Schäfer-Ellmeier, der ja ganz genau hingesehen hat bei euch beiden. Ich bin neugierig, was er zu sagen hat zu dieser Rumba. Ja, ich finde, die Rumba war sehr charakteristisch getanzt. Schöne Hüftbewegungen, Ballenschritte, durchgestrecktes Bein. Ganz genau, wie es in der Tanzschule gehört. Da war schon die Schumi-Faust mit dabei. Gratuliere euch beiden. Auch von Christoph Felbel einen Pluspunkt. Gratulation. Dankeschön.